Musik Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt mit mir Basti zockt. Ich zocke heute eine Runde Audio Surf, Write Your Music. Und bei diesem Spiel geht es darum irgendeine MP3 oder was weiß ich Audio Datei einzufügen. Irgendeinen Song den ihr gerne haben wollt und an diesen Song passt sich dann dieses Spiel an und ihr müsst dann mit euren Raumschiff da drüber fliegen in dieser individuellen Karte und zum Beispiel jetzt Blöcken ausweichen und bestimmte Blöcke einsammeln. Das erkläre ich euch aber gleich. Ich möchte dieses Video oder diese Reihe als Promotion für den B2R machen. Der macht nämlich richtig geile Beats und die werde ich auch zocken. Deswegen gehe ich gleich schon mal auf Play. Und hier seht ihr, hier gibt es Mono, Mono Bro, Ninja Mono, diese drei. Dann nehme ich mir immer einen davon, weil ich mich mit denen am besten auskenne. Und wir nehmen den Mono Bro. Hier geht es nämlich darum, den grauen Blöcken auszuweichen und die farbigen Blöcke einzusammeln. Und jetzt können wir uns hier zum Beispiel mal etwas aussuchen. Etwas mit viel Power. Hier zum Beispiel der Beat 35 Sunrise von der Beatery an Dom's Play. Hier sehen wir auch schon mal die Strecke. Hier geht es erst kurz hoch, dann runter und hier ist es steil runter und so. Und ich würde sagen, ich drehe den Sound jetzt voll auf. Ich muss kurz die Ausnahme pausieren. Währenddem ich zocke, werde ich nichts sagen. Wir hören uns erst wieder am Ende des Videos. Bis gleich. Oder bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.